Dieser Nachbar, komm, guck mal, es ist, wie viel Uhr ist es? Oh mein Gott, 10 Uhr. Mann, die sollen nicht so rumheulen. Ich dachte, das ist Null. So wie du, denn du bist eine Null. Das war doch ein schön gescripteter Witz. Das war Comedy. Wir haben es revolutioniert, Freunde. Wir haben es endlich geschafft. Wow, Alter.